Hallo, ich bin Mitya und wir präsentieren GLBlog, ein Ort, wo ihr mit dem ganzen Kamp in Gesprach kommen könnt. Hallo Leute, heute haben wir keine Spiele, heute wollen wir euch erzählen, wie viel wir lieben diese Kamp, wie viel wir lieben euch und wir wollen eine Song über das singen. Was ist Liebe, Baby, nicht mich zuhör, nicht mich zuhör, nicht mehr zuhör, was ist Liebe, Baby, nicht mich zuhör, nicht mich zuhör, nicht mehr zuhör, nicht mehr zuhör, Oh, Hi, Hiira, von Dancing Group, I see you. I killed you by my son. So, hi guys, we have decided to organize the classes of Chinese language for you. And today we have chosen the phrase nice to meet you. In Chinese it will be Feichangangsi jenshi ni. Come on, try to repeat. Feichangangsi jenshi ni. Wow, good, and now all together. Applausues guys see you tomorrow. Bye. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.